So, seht ihr? Das funktioniert sogar. Ja, Leute, es funktioniert. Ich kann das Level spielen, wenn ich das will. Es würde funktionieren. Aber es ist noch relativ leer. Das ist mir klar. Das weiss ich auch. Wee, wee. So. Was ich jetzt mal austesten will ist, dass ich das hier mal alles wegnehme, bis auf die untersten Blöcke, ob man das denn auch sieht. So, testen. Okay. Nein, das sieht man nicht. Okay, das ist super. Aber da habe ich, kann ich da auch eine kleine, ja okay, das ist fail, das ist natürlich noch nicht ausgereift, das weiß ich, ist mir klar. Dann würde ich nämlich da, da noch mehr rausnehmen, so, 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 ähm, dann mal zurück, 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 zurück. So, dann machen wir das mal, so, 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 so Unser Level, besser gesagt. Es wird unser Level. Und das müsst ihr auch sehen. Es wird unser Level und wenn wir ein Level bauen, kann es nicht gut kommen. Vor allem, weil ihr mir sagt, was ich tun soll. Da fängt es schon an. Ich bin schwer vom Begriff. Ich bin schwer vom Begriff. Seht ihr? Schon habe ich einen Fehler gemacht. Wann soll das? Nein! Soll das! Jetzt! Komm! Ja, dich wollte ich. Ja, okay. Test. Okay. Ah, verdammt! Nein! Äh, na, Tor. Da muss ich irgendwas anderes... ...hintun. Nun, wie mache ich das denn am besten? Ich will doch da jetzt... Ich muss eh noch weiter nach unten damit. Mit der ganzen Plattform hier. Aber ich kann da durch. Ich will da aber nicht durchfliegen. Mensch. Ich will hier nicht einen festen Block, wo ich den nicht verwenden könnte. Kann ich denn? Kann ich denn hinten dran noch einen anderen Block setzen? Das wäre, das wäre, das wäre super. Das würde mich freuen. Nehmen wir das mal. Tja! Das geht. Ich habe mich gerettet. So. Geht das mal weg. Den kann ich nämlich hier. Nehmen wir einfach mal den Block hier. Nein, da nicht. Wir hätten den einfach mal da das Ganze hier zuscheissen. Mit diesen Blöcken, damit ich nicht mehr irgendwo hinfalle. So. Dann gehe ich mal wieder zurück. Okay. Ähm. Oh. Das ist irgendwie nicht ganz das, was ich wollte. Hm. Stammt. Das ist wieder weg. Und wenn ich jetzt Das muss ich jetzt alles auch ein bisschen ausprobieren. Ich habe das Spiel Ich habe das Spiel Ich sage immer das Spiel Eigentlich ist es ja kein Spiel Aber irgendwie auch schon Ich habe das Ding halt auch noch nicht so oft gespielt. Ähm. Nee. Geht nicht. Da bräuchte ich anderen Boden. Oder was ähnliches. Aber eigentlich war das gerade ein bisschen Kacke, was ich hier gemacht habe. Nein. Ich meine Wenn ich jetzt da komme und dann Da kommt der Meer und sagt Äh zu hoch Fähl zu hoch Nein. Ich mache das nicht Das kann man glaube ich gar nicht verschicken Ich glaube das kann man dann nachher gar nicht richtig spielen Ähm. Ich wüsste auf jeden Fall nicht wie Okay. Okay man kann also hier in den Abgrund Man kann also in den Abgrund fallen Dann weit runter und dann tot sein Also ich würde das Ganze bis unten abfüllen Das würde ich aber dann offscreen machen Äh in der nächsten Folge Also nicht in der nächsten Folge Falls ihr sagt Ähm ich soll weiterspielen Dann würde ich das dann so machen Äh ich würde jetzt einfach mal für den Anfang sagen Wir schließen das wieder Das ganze Ding hier Und dann was da hier weg Weg Nein Stimmt So So Nein du bist falsch Nein ich wollte dich ja schließen Hab ich gesagt Also bist du richtig Achso Komm So 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 Ähm Dann wechseln wir Auf das Ja Was kann ich noch zeigen Wie gesagt Es gibt verschiedene Elemente Äh Einiges weiss ich noch nicht Zum Beispiel Was es mit Den Türen auf sich hat Das habe ich noch Oh das ist interessant Den kann ich setzen und Nein falsch Okay Dann kann ich Tee Ja okay Dann Ich Aufkomme Hallo und viel Spaß Tja Das Das staunt dir ne Das geht alles Ja aber jetzt würde ich Dann mal Sagen Geht es Weiter Was tun wir denn jetzt Ja wir müssen doch noch Irgendwas hinbauen Ja wir nehmen jetzt einfach mal So ein Block hier Und fangen Nein ich will nicht so Einer Das finde ich ein bisschen Komisch Ähm Ich nehme so Einer Und werde dann Da hoch Bauen Da oben werde ich jetzt Erstmal was bauen Ähm Dann machen wir das so Zap 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 Dann brauche ich hier noch Eine Ecke drin Das war so Und dann brauche ich Das da Zap zap Oh verdammt Das war fail Ich wollte das da Auch fail Bauen wir dich da hin Äh das sollte besser aussehen So Vom Prinzip her So Nein Das ist falsch Oder ist das richtig Nein das ist richtig Komm Äh Ziel Ist es Da noch durchzukommen Okay Kann ich da jetzt Durchlaufen Bitte 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 Ja Kann ich da auch So jetzt komm Zeitig Ja das funktioniert Okay Wieder Escape Äh Und dann Möchte ich das eigentlich Noch ein bisschen höher bauen Du mal weg da Den Weg tragen Oder so So Nein Keine weiter Runter Hier Also du sowieso So So weg So Dann Hier Zap zap Und Dann die Ecken Wieder einmal So 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 Dann Habe ich mir Gedacht Das Wird hier Auch noch Sowas Nehmen Dann machen wir das Einfach So Sind das Da Ach so Das geht gar nicht Nee Das sieht scheiße aus Verdammt Wie so geht das denn nicht Aber Ich kann vielleicht Das hier Nein Ich Den Kann ich hier Hinsetzen So So Nein Hals Da Da Ha 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 So Kann das Ding So Jetzt wird dieses Rein theoretisch Auch schon funktionieren Jetzt kann ich da sein Ich kann da dort Nicht dort Hilfe Hilfe Aber ich kann da Ja Und da würde ich dann Eine Belohnung Hinsetzen Glaube ich So ein Pilz Oder so Irgendwas In der Art Wie gesagt Ich hoffe jetzt mal Dass das Ding auch funktioniert Ähm Die Mute Taste So Dann hätten wir hier was Ähm Ich denke Ich zeige euch sonst noch was Ähm Was das hier ist Das weiß ich nicht Das ist klar Das sind Irgendwer Geisterplattformen Ja 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 Kommt weg Das hier Ist das Schiff Das ist eigentlich auch klar Das sind die Die Blockgedöns Das weiß ich nicht Das Keine Ahnung Habe ich noch nie gesehen Halt probiert Was das ist Das sollte eigentlich Klar sein Das ist Wasser Und so Mit Fischgedöns Ähm So Dann haben wir Die Peaks Können wir auch Was auswählen So Blablabla 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 So Da hoch Und dann rüber Und runter Sollte sich eigentlich Von selbst erklären Aber Für die 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 Es Nicht Wissen Ähm Es läuft Eigentlich genau Gleich ab Wie bei Diesen hier Dann Dann müsst ihr Einfach Ähm Fangen wir Hier an Dann Tab Ähm Dann Tab Dann Das hier Dann das hier Ihr könnt natürlich Auch einfach Ähm Moment Könnt ihr eigentlich Auch Einfach Zapp 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 So könnt Sie das auch Machen Aber das ist Sowieso Das falsche Geseh Gerade Ähm Mal schauen Das ist Das was ich Jetzt genommen Habe Ich will Nicht das Ich will Ja Macht es Einfach Am besten So Das seid Ihr Überhaupt Sicher Da Werdet ihr Nicht Irgendwie Komplizifikation Bekommen So Jetzt Haben Wir Die Pieks Dann Haben Wir Noch Das Hier Da Könnt Ihr Auch Einfach Oh Cool Das Sieht Cool Aus Da Könnt Wir Einfach Ähm Mehr Dinger Auf Einmal Nehmen So Im Prinzip So Platsch Jeden Nacht Da Haben Wir Auch Ganz Verschiedene Sachen Dann Der Safe Toad So Den Könnt Ich Dann Wahrscheinlich Hier Platzieren Und Der Würde Mir Dann Speichern Dann Kommen Hier Noch Tausend Kumbus Gelaufen Kann Ich Die Eigentlich Aufeinander Stapeln Geht Das Möchte Ich Jetzt Ausprobieren Einfach Nur Probieren Schauen Das Funktioniert Uah Ne Die Fallen Voneinander Check Point Yeah Das Ist Lustig Okay Habe Wie Das Auch Checkt Also Wenn Das Kann Ich Dann Da Auch Wechsel Ne Dann Geht Ich Weg Ach Verdammt Nein Ja Ich Zeige Euch Jetzt Einfach Mal Weiter Ist Ja Jetzt Gerade Nicht So Okay Ist Weg Ist Nicht Gerade So Schli